Das Werk Kisches und das ist der Schaltote Raum. Ich bin zusammen mit einem Projektteam am Thema Stille. Das ist unsere nächste Wechselausstellung, die erste, nachdem wir das Museum neu eröffnet haben. Das ist, wie die Fachleute sagen, ein sehr spezielles Thema. Vom Thema her, es ist nichts für Feigling. Man hat zuerst gedacht, was meine ich mit dem? Aber ich habe es erahnt. Im Sinne von, es ist ein Thema, wenn man sich einlässt mit Stille, dann kann man sich nicht ablenken lassen. Dann ist man ganz auf sich fokussiert und konzentriert. Das heisst, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist eine Herausforderung. Wir versuchen die Ausstellung so zu machen, dass wir sehr stark auf das Hörerleben, auf das Hörerlebnis fokussieren. Besucher können durch die Ausstellung laufen und werden keine Texte lesen können. Es wird auch fast keine Exponate geben, keine Ausstellungsobjekte. Man wird voll und ganz mit dem Ohr durch eine Hörerlandschaft durchspazieren können. Ich schüge das Ganze. Aber wenn man sich nicht ablen kann, kann man sich nachher in die Hörer leben. Die Hörer der Hand ist sehr mal im Vergleich zur Hörer oder Doppelung langsintischen Regeln. Und ich habe es einen schönen Tag vor. Die Hörer der Hand ist sehr viel zu machen. Das ist ein Thema, ich habe das, was Sie zur Hörer, weil ich perihmereische Regelung zu machen. Vielen Dank.